Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge TBB Drehblos BigPack. Und natürlich auch wieder mit dem Dosh. Und mit dem Street. Ja, und mit mir, dem Street, genau. Und mit mir, dem Dosh. Ja, und mit Dosh. Und mit Slime. Hä? Was? Ja, da hinten hüpft irgendwie ein Slime rum. Du lässt dich viel zu sehr abdenken. Ohne Blume. Ja, ja. Genau, klar. Weiß doch, ADHS bei Let's Playern. Ganz wichtig. Och nee. So, da. Gut. Ich hab schon gedacht. Ich hab schon gedacht, wir hätten keinen Dark Oakwood mehr. Ich glaub, du hättest, ich hab auch noch was auf Vorrat gehabt. Ey, du kannst mal gucken. Wir brauchen noch Cobblestone-Aligned-Cobblestone-Bricks. Also das, was hier Fassade ist, ne? Wie viel? Ich schau erstmal in die Kiste. Ich hab da noch eine Kiste, wo noch so ein paar Blöcke drin sind. Also ich hab in meinem Inventar sogar noch 16. Wow. Ist schon mal besser als gar nichts. Ja, 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 ja. Ich hab dir dich schon mal dahin geworfen. Ey, du sollst mitbauen. Ja, Kollege? Ja, ich... Ja, ich... Ja, du... Genau. Ja. Wie war das mit ADHS? Aha. Ja, ne, manchmal hier den Callstone, der im Übrig war. War das das? Ja, das war's schon. Gut, okay. Ja, ne, na, du, so. So. Äh, link. Ne, der ist noch nicht hoch genug. So, komm, zack. Hallo. Zack. Danke. Fünf. Sechs. So. Schau mal, sechs, sechs. Ja, so viel werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, aber... Gut. Kannst ja auch rumwandeln. Ja, ja. Du weißt, der Koppel ist bei mir immer gern gesehen. Ja. Genau. So. Dann da noch. Ah, siehst du, Stonebricks brauchen wir noch. So. Dadadad. Dadadad. Dadad. Ich hatte gerade so eine Idee gehabt, aber ich glaube, das würde blöd aussehen. Was denn? Ähm, statt jetzt hier so zwei, einfach so eine... so eine Zweireihe hoch zu machen, irgendwie unten die Treppen, oben die Treppen und dann so Cover. Dass dann wie so eine Art Delle drin ist. Kannst du auch machen, ja? Probierst du einfach mal. Du kannst ja, kannst ja abreißen, ne? Das ist ja das Schöne bei Minecraft. Bauen, abreißen, bauen, abreißen, bauen, abreißen. Dann nochmal bauen, abreißen. Ich habe keine Crafting Station dabei. So was. Warum nicht? Ja, ich... Ich bin halt nicht in Minecraft Pro. Ja, echt nicht. Äh, Crafting Station war hier. Habe ich schon wenigstens eine Säge dabei. Ja, Säge hätte ich noch zur Not. Gut, die habe ich nämlich auch nicht dabei. Äh, wo bist du denn? Ich bin da. Warte, 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 wo habe ich denn... Da habe ich Werkzeug. Dann hier, Säge, da. Bitteschön. Danke. Bitte. So, dann brauchen wir dich nochmal. Ja, eins, zwei, drei, vier, genau. Was ist da? Kann ich hier draußen auch machen. Naja, nee, machen wir nicht. So, gut. Guck mal. Ja. Wie wollte ich? Da. Da. So? Da. Ja, okay. Äh. So. Warte, dann zeig mal her. Ah ja. Okay, ah. Gut. Gut. Na. Obwohl, das sieht auch nicht schlecht aus. Kannst du... Ja. Nein, der war jetzt zu viel hier. Den Hammer kannst du da draufhauen, ne? Mit dem, ähm... Na, kam das Hammer. Ja, da war das, was ich nicht habe. Mhm. Da mag ich mir einfach mal hier so kleine... Nehmen Dirtblöcke. Oder sowas, ja. So. Ja, hier. Sauber. Richtig gut. Richtig nice. Jetzt sieht es echt gar nicht mehr so schlecht aus, finde ich. Ja. Gut. Machen wir es so. Dorsch, also du lernst. Du lernst schnell. Ja, schneller als du. Bei Botania. Äh, glaube ich nicht. Naja, bei Botania? Ach, das ist laber nett. Ich meine, ich könnte jetzt mal mit Quacktag anfangen, aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Äh, das ist ein richtig anderes Thema, ja. Kann man die hier oben schon noch stehen lassen, oder? Alter, will der Regen mich verarschen? Ja, will er. Nein, Regen ist nicht gesehen. Ich sehe schon, komm, jetzt die nächsten Tage ist hier eine übelste Dürreperiode. Wir haben dich schon gewünscht. Mhm. Genau. Ja. Weil das ja auch so funktioniert beim Minecraft. Ja, klar. Wie denn sonst, ne? Eben. So, ich mach jetzt hier noch so einen Ring drumrum, dann hast du einfacher mit den Stufen oben. Jo. So, dann hier nochmal. Weil hier wollen wir noch so eine kleine Ausbuchtung, so einen kleinen Gang haben. Also so einen Eingang, mehr oder weniger. Mhm. Aber was meins war das für ein Krampf, war hier, den Gary Smart Server aufzustellen. Das glaube ich dir. Jetzt im Ernst, ich hab so eine Katastrophe an Serveraufstellung, hab ich noch nicht erlebt. Okay. Ja, ich schon. Ich schon. Ich hab ja schon auch selbst schon mehrere Server aufgesetzt und, äh, ja. Also wirklich, das hat doch meiner Meinung nach alle Minecraft-Server, die ich hier aufgestellt habe, übertroffen. Okay. Aber das ist schon krass. Weißt du, all das, was es, es hat alles so, wie es in mehreren Guides, Tutorials, alles mögliche, drin stand, war gemacht. Nix hat funktioniert. Mhm. Und dann weißt du, sitzt du da schön den ganzen Samstag, bis du am Schauen, dass du das hinkriegst. Das Einzige, was du von deinen Freunden hörst, schau dir doch mal ein YouTube-Tutorial an. Hä 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 hä. Der war gut. Der war gut. Ich hab's mir einmal versucht. Ich hab, glaube ich, 17 kleine Kiddies gesagt bekommen, die mir sagten, dass ich einfach nur, um eine Map drauf zu kriegen, eine Map in den Maps-Ordner kopieren soll. Äh hä. Ich glaub, von der Produktivität von diesem Kommentar muss ich nicht viel sagen, ne? Ne, nicht wirklich. Du musst ja erstmal eine Map generieren, ne, würde ich sagen. Äh, das ist, also es gibt vorgefertigte Maps, so ist es nicht. Okay. Bloß, die waren auch drauf und so weiter, aber... Ja. Die wurden halt einfach... Äh, warte mal, ich hol mal noch ein paar Stonebricks, ne? Ja. Die werden das... Oh, drei hab ich sogar noch. Wuhu. Ja. Ey komm, besser als gar nichts. Ja, ist klar. Mhm. So, ein paar Slopes könnte ich noch bringen. Ja, mach mal. Äh, haben wir hier irgendwo, ne, haben wir nicht. Warum nicht? Egal. Warum hat das nicht? Ja, ich weiß auch noch. Aber das so. Ich hab gerade gedacht, da oben fliegt ne Fledermaus rum. Mein Schmetterling. Oh. Oh. Auch nicht schlecht. Mhm. So. Mal gucken. Ja, doch. Das Gebäude sieht ganz, ganz passabel aus. Bisher. Mhm. Und... Ach so, schade. Ich hätt noch ein bisschen... Naja, egal. Warte. Ja, ich hätt noch ein bisschen Holz mitnehmen können. So ein paar Dark Oakwood Planks. Ist in der Goldrohr nichts mehr drin? Äh, ich weiß es nicht. So, warte mal du dahin, du dahin, du dahin, du dahin. Und, äh, ihr jetzt... Da und da. Genau. Hab ich noch... Äh, einer. Super. Rot wie Rosen, blau wie Feindchen, sanft werd ich den Joghurt auf dich streichen. Was? Ja, was? Frag nicht. Ne, ich frag nicht. Ja, also ein wundervolles Video, das so ein Kumpel mir mal geschickt hat. Kann ich dir gleich noch zeigen. Es ist einfach so, du denkst dir nur, was? So, warte mal, hier muss doch alles weg. Aber auch da würdest du vom Feind von gerade. So, genau. Hast du noch ein paar Stufen? Ja. Ich hab dir mal ein paar eingeworfen. Ne, brauch ich nicht. Ach so. Du machst das ja. Ne, ich dachte, du hättest solche Worte drauf. Boah. Ja, das sieht doch gut aus. Hier, äh, ja gut. Ich brauch noch ein bisschen Holz. Oh, Entschuldigung. Jojo. War nicht so leut wie eben. Ja, dann ist gut. Mhm. Ich brauch noch ein bisschen Holz. So, komm. Dann haben wir mal drei Stacks mit. Auch wenn es viel zu viel sein wird, aber egal. Wupp, wupp. Auch nochmal hier lang. Oh, das sieht schon geil aus. Das war schon eine gute Idee. Okay. So, dann hier noch. Zack. So, dann machen wir hier nochmal. Eine Reihe rüber. Na, das hat jetzt nicht so gekannt, wie ich so weiter. Wie genau kriegst du mal hier diese eckigen Treppen hin? Äh, da brauchst du die Carpenter-Blöcke und musst sie anordnen wie eine Stufe. Nee, ich meinte jetzt nicht hier die Slopes. Nee. Ich meinte ja auch nicht die Slopes. Sondern die Treppen, ne? Die du da jetzt gerade in der Hand hast. Ja. Ja, da brauchst du die Karte und das Blöcke. Ich brauch keine... Ich glaub, wir reden gerne an einer vorbei, ne? Du willst die Stufen hier stellen, oder? Hier. Hier, so. So eine. So eine? Genau. Äh. Aber ich glaub, meine Frage hab ich ja schon selbst beantwortet. Ja, glaub ich auch. Ja, genau. Passt doch. Hä. Aber willst du's so machen, ja? Halt jetzt gedacht. Hä? Cool. Wenigstens mal testen. Mhm. Und jetzt so ruhig da stehen lassen können. Weil da kommen ja eh Stufen hin. Ach so. Ja, gell? Ja. Hast du noch welcher, oder brauchst du noch? Nee, nee, ich hab noch. Okay. Hier auch, oder da unten was? Mäh. Mäh. Mann, wieso drehst du dich? Mäh. Mäh, mäh, mäh. So, warte mal kurz. In der Mitte. Dann hätt ich das gerne so. Jo. Wenn man dann, äh, hier sowas macht. Hm. Wie wird... Nee, nee, oder? Hm, nee. Nee. Mann, hör auf, dich zu drehen. Nein. Hau dich. Hau dich. Hör näher an uns. Ich hasse es. Warte mal kurz, vielleicht kann ich die mit dem Werkzeug drehen. Äh, Chisel, nee. Chisel, nee. Diamond Chisel, auch nicht. Da ist er doch, der Kappen, das Chisel. Äh, vielleicht kann ich die... Nee, nee. Nee, ah, da brauche ich den Hammer. Okay. Wo ist er denn... Der Kappen, das Hammer, das ist, äh... Oh, ey. Äh, da ist er doch. Boah, ich bin so wie übermüdet gerade. Ah. Der will nicht. Der will... Der will nicht. Ah, nein, verdammt. Nein. Komm, jetzt so. Ja, komm, du jetzt auch noch. Nein, andersrum. Warte mal. Toll, das war dann kaputt. Nee, ich hab nie Idee. Vielleicht sieht das an der Ausrichtung. Versuch's. Äh, nicht wirklich. Der will mich doch verarschen, oder? So, warte mal. Ich probier's jetzt mal anders. Warte mal. Ich mach das jetzt ganz einfach. Ja, doch. Kann man lassen. Ah. Ja, cool. Passt doch. Warum einfach, wenn's auch schwer geht? Ja, genau. Mensch. Stell dich doch nicht so an, Junge. Mhm. Halt. Der war verkehrt. Äh, der kommt so hin. Blub, blub. Blub. Ja, dann setzt du mal die Stufen. Ich versuch dann überall die, äh, Finger zu setzen. Na? Jo. Ach, das ist, ich hab gedacht, das wär'n Creeper. Ja, die sind genauso grün, ne? Mhm. So. Zack. 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 Und zack. Wunderbar. Ja, das machst du sehr gut. Ja, ich hab auch vom Meister gelernt. Mhm. Muss man dir lassen. Äh. So, dann den da. Hier müssen wir den wegweisen. Ja. Ja, das kann ich so lassen. Na. So. So. Genau. Wunderbar. So, dann morgen in der nächsten Aufnahme sieht er dann, wie Klaus alles wieder abgerissen hat und sein eigenes Boot hingesetzt hat. Ne, 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 das mach ich nicht. Das mach ich nicht. Wie war das letztens, als ich mal angeschrieben hatte, was... ...was Klaus Wittler dazu sagt. D.W.P.? Ne, wieso? So ne Bude will ich nicht auf meinem Server haben. Jo, komm. Hm. Hab ich das gesagt? Das hast du so gesagt. Echt? Ja. Hä? Du warst eigentlich. Hä? Was? Ähm. Das war hier diese Bude aus Akazienholz da, wo ich noch die... ...Steinstimme reingehauen hatte. Ich weiß nicht, was du sagst. Ach so, ja, genau. So, ich bin heute auf Treppen. Oh, sowas. War dann aber drin. Da sind Schleimen gewesen. Mann, hör auf rumzuschleimen. Nö. Und ja, da bin ich ganz alleine draufgekommen. Da ist noch ein Krieger zwischendrin. Oh, ne Hexe. Ey. Wollte ich mir grad sagen. Warte mal. Hm? Vielleicht sollten wir doch ne zweite Etage einbauen. Warum? Mir ist gar nicht mal eingefallen, was ich noch habe. Was denn? Körsdorf. Oh. Wäre eine Möglichkeit, ne? Ja. Äh. Ist auch geil. Der Enderman ist tot und trotzdem knurrt er noch. Ich habe ja noch Dark Oakwood, ne? Ja, habe ich auch. Ja, okay. Also muss ich mich mitbringen. Oh, es regnet schon wieder. Alter. Ja, Penn, bitte. Ja, lass mich nicht verhaften. Nein. Nee. Warum denn auch? Ja, vielleicht will ich hier da jemanden Kaffee bauen. Ach, Quatsch. Quatsch. Hm, Quatsch. Warte mal, das war so. Ja. Ja, genau. So. Und dann so. Genau. Haben wir's doch. Jetzt mal ne Frage an dich. Ja. Kennst du eigentlich die Seite Program? Äh, nee. Muss ich? Ich drück's so aus. Musst du nur wissen, dass du weißt, da solltest du nie was draufgehen. Aha. Warum? Naja, eines von meiner Klasse hat heute während der Informatik Internet war längere Zeit ausgefallen und unser Lehrer hat dann einfach mal per Netzwerk gesagt, ja komm, schmeiß ich mal dem seinen Bildschirm auf den Beam ab. Ja. Und der war auf dieser Seite und das ist echt ab... Bah. Bah. Ich kann's nicht anders ausdrücken. Okay. So, ich bin out of, äh, dem anderen Stein da. Erlingt? Ja, erligned. Bring ich mit. Gut. Sehr gut. Ähm, dann müssen wir doch hier eigentlich... Ah, warte mal, ne, da noch nicht. So, 52 Treppen sollten ja jetzt reichen. Joa, erst mal. So, Treppen, äh, ja, egal. Jetzt aber mal im Ernst, ich seh hier immer auf der Map, seh ich immer... Alter, was ist hier unten los? Boah, ein Polade, würde ich sagen. Wollen wir da gleich mal schauen, was da los ist, das interessiert mich jetzt mal echt langsam. Wie willst du denn da hinkommen? Runterbuddeln oder was? Runterbuddeln. Weil, wenn das so hoch angezeigt wird, wird das ja wohl noch irgendwie der Sichtweite sein. Wo ist denn das? Ähm, boah, hier ungefähr, hm? Wüsste? Hä? Ich bin ja gerade hier am Bauen. Ich hole auch schnell die letzten Steine weg und dann... Ja. Ja, aber so kann man das Ding doch anbieten, ne, würde ich sagen. Kann man dann, äh, hier noch so ein paar... ...Dopes setzen. So. Obwohl, ne, da nicht. Da nicht. Da würde ich gerne ein geschlossenen Eingangsbereich machen. Jetzt sind wir jetzt natürlich direkt unter mir. So, so. So. Ein Blume weg. Danach, das, danach, das, danach. Das, danach. Bäh. So. Dann hier vielleicht. Nein, so nicht. So und so. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so und so und so. Und so und so. Ja, alles bestens. Okay. Hier können wir dann noch ein paar Fenster reinziehen. Und so. Und mal hier. Ja, komm, machen wir das so. Nicht so. Nee, anders. Mann. Nee, komm. Das ist einfach so schlimm bei uns in der Truppe. Kumpel von mir heißt mit Nachnamen Andres. 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 Ja. Ja, jetzt kannst du ja dreimal denken, wie auf dieses Wortspiel kommt. Ja, klar. Uhäufig. Ja, wunderbar. Ich glaube, wenn du vorspielen könnte ich erstmal so eine ganze 24 Stunden Stream mal machen. Aha. Aber ich glaube, da würden die Leute vorher abhauen, bevor der angefangen hat. So, wie sieht es denn aus? Ist es soweit fertig? Müsste fertig sein. Jo. Ja, sieht doch schon mal gut aus hier. Ja. Mal Bauabnahme. Ja. Ja. Joa. Ja. Doch, sehr gut. Also gefällt mir richtig gut. Das war von mir. Haha. Ich kann nicht greifen. Ja, nee, du kannst es wirklich nicht bleiben lassen. Schön. Gut, Folge hat es auch hinter sich. Jo. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden dann sagen, gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.